Hier ist unsere wunderschöne Isabel. Sie ist leider eine Kletterer und Springerin, deswegen kann sie nicht mit ihren zwei hübschen Aranger und Mieke sitzen, weil die sind in einem Auslauf ohne Gitter drüber und wir werden sie jetzt mit dem Ramazzotti ein bisschen verkuppeln, weil der sitzt auch in einem Auslauf mit Gitter drüber und es tut mir zwar sehr leid, sie läuft hier in einer großen Gruppe, in unserer großen gemischten kleinen Gruppe. Also noch mal die Isabel, sie ist eine sehr hübsche dreiserbige, zierliche Setterhündin, hat keine Berührungsängste, ist also wie gesagt eine ganz normale kleine Mausi, nicht riesengroß, sie wiegt sicher keine 17 Kilo, würde ich mal sagen. Isabel, sie ist immer sehr beschäftigt und sie gehört auch zu unserer Setterrettungsaktion, die wir hier starten, kommt auch aus einem Tierheim und da holen wir jetzt mal unsere Setter Kinder raus, die keiner hier will. Isabel! Look! clips Das居 am